In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man das Volumen dieser Pyramide hier berechnet. Wir haben eine quadratische Grundfläche, die aus den Punkten A, B, C und D besteht und den Punkt S haben wir gegeben. Also quadratische Grundfläche, die Spitze der Pyramide und wir sollen jetzt das Volumen berechnen. Das Volumen allgemein einer Pyramide ist ja ein Drittel mal die Grundfläche, die ich jetzt einfach mal mit A bezeichne, also die Fläche von diesem Quadrat mal die Höhe der Pyramide. Die Grundfläche ist ja quadratisch, das bedeutet, wir bräuchten nur hier die Länge dieser Seite, ich nenne die mal klein a. Die können wir ganz einfach berechnen, denn das ist ja der Verbindungsvektor von A, B und davon der Betrag eben. Also die Länge dieser Strecke ist der Betrag des Verbindungsvektors A, B. Stellen wir diesen Verbindungsvektor erstmal auf. Das ist also B minus A, also 6 minus 4 sind 2, 0 minus 2 sind minus 2 und 6 minus 5 sind 1. Das ist der Verbindungsvektor der Strecke A, B, also der Punkt A, B. Und jetzt brauchen wir den Betrag davon, von diesem Verbindungsvektor. Das ist ja immer die Wurzel aus der ersten Koordinate zum Quadrat plus der zweiten Koordinate zum Quadrat plus der dritten Koordinate zum Quadrat. Wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf Wurzel aus 4 plus 4 plus 1, Wurzel aus 9. Also diese Strecke hier, die wir mit klein a bezeichnet haben, ist 3 Einheiten lang. Gut, dann haben wir das schon mal rausgefunden. Das bedeutet also, wir würden hier jetzt schon mal bei einem Drittel mal der Flächeninhalt dieses Quadrats, ist dann eben 3 mal 3, also 9 mal. Und jetzt brauchen wir noch die Höhe der Pyramide. Die Höhe geht ja durch die Spitze der Pyramide und durch den Mittelpunkt dieser Fläche hier unten. Das ist ja diese Verbindungsstrecke, bräuchten wir hier. Diesen Mittelpunkt hier unten haben wir allerdings noch nicht. Deswegen müssen wir diesen Punkt aufstellen. Wie können wir den aus den anderen Vektoren ableiten? Naja, ich nehme dazu mal eine andere Farbe. Es wäre ja, wenn man von a starten würde, die Hälfte der Verbindungsstrecke von a nach c. Der Mittelpunkt liegt ja hier auf dieser Diagonalen. Und wenn wir von a loslaufen, also a plus 1 halb ac, dann landen wir bei n. So können wir m also berechnen, also wir starten bei a und gehen dann die Hälfte der Strecke a, c. a war 4, 2, 5 plus die Hälfte von a, c. a, c müssten wir dann auch berechnen, c minus a also. 7 minus 4 sind 3, 2 minus 2 sind 0, 8 minus 5 sind 3. Wenn wir das jetzt ausrechnen, also 4 plus 3 halbe, 2 plus 0 und 5 plus 3 halbe, landen wir dann bei, hm, wo habe ich meinen Mittelpunkt aufgeschrieben? Hier, 5,5, 0, äh, 2 und 6,5. Das ist dann einfach nur ausrechnen. Das ist also unser Mittelpunkt und unsere Höhe ist jetzt gerade der Betrag der Verbindungsstrecke von der Spitze zum Mittelpunkt. Also der Verbindungsvektor sm können wir bilden. Das ist ja dieser Vektor hier von s bis zu diesem Mittelpunkt. Das wäre m minus s, also 5,5 minus 1,5, 2 minus 0 und 6,5 minus 10,5, also jeweils koordinatenweise abziehen. Und da kommt ihr auf den Vektor 4, 2, minus 4. Jetzt haben wir also diesen Verbindungsvektor von der Spitze bis zu dem Mittelpunkt. Jetzt brauchen wir noch dessen Betrag, weil wir wollen ja die Höhe wissen, das ist ja die Länge von diesem Vektor. Und das ist dann nochmal Wurzel aus 4 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat plus minus 4 zum Quadrat, also jeweils koordinatenweise dann wieder die Dinge quadrieren. Und wenn man das ausrechnet, kommt man auf Wurzel aus 36 und das ist 6. Die Höhe in unserer Pyramide ist also 6 Einheiten groß, also können wir das Volumen hier so berechnen und kommen dann auf 1,25 mal 9 sind 3, mal 6 sind 18. Unser Volumen unserer Pyramide ist also 18 Einheiten groß. Je nachdem, was ihr gegeben habt, müsst ihr dann natürlich noch die fehlenden Sachen berechnen, aber wenn ihr eine Grundfläche gegeben habt, eine quadratische und eine Spitze, könnt ihr das Volumen einer Pyramide so berechnen, wie ich es euch gerade gezeigt habe.